Tja Leute, was geht, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute, freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Ihr seht's im Hintergrund, wir befinden uns gerade noch im Homescreen von Rainbow, denn ich möchte wieder ein Format anfangen. Ich hab das damals aufgehört, weil euch das leider nicht so gefallen hat, aber vielleicht, vielleicht gefällt es euch ja doch nochmal. Also, falls ihr dem Format gerne nochmal eine zweite Chance geben wollt, zeigt's mir gerne, einen Daumen nach oben. Und zwar, wir werden ab heute wieder, ab und zu, einmal pro Woche, zweimal pro Woche, wieder mit Settings von ProPlayern spielen. Wir zocken heute einmal mit den Settings von Shaiko. Wie die Settings aussehen, sind eigentlich ganz einfach. Und zwar, ich habe jetzt 12, 12, 35, dieses Aim Downside, das ist jetzt richtig, richtig slow bei mir. Leider habe ich keine Angaben zur Graphics gefunden, leider nur hier zu dieser Maus Sensitivity und dann noch zum FOV zum Beispiel, was einfach unter seinem Video stand. Und dann habe ich natürlich auch noch eine 400er DP eingestellt, 12, 12, 35, das wird echt schwer, weil ich halt eine ganz andere Sense gewöhnt bin. Vor allem im Scope, auch im Scope zum Flicken, aber hier kann ich, hier muss ich ja richtig, 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 richtig kurbeln, Freunde. Ich würde sagen, Freunde, wir suchen jetzt das Game fertig hier bei Unranked. Let's go! Okay, Freunde, wir spielen auf Kanal, ich würde sagen, let's go! Wie gesagt, ich bin überhaupt nicht an diese Sense gewöhnt, aber ab in die erste Runde. Okay, Freunde, ich würde sagen, ich gebe euch mal ganz kurz jetzt einen Einblick. Also, wenn ich mich jetzt, ich mache jetzt mal vom Anfang bis zum Ende des Maus Pits, okay? Also, wir stellen uns genau so hin. Anfang bis zum Ende ist es anderthalb Umdrehungen. Bin ich so nicht gewohnt und im Scope ist es so fucking langsam. Wirklich, also ich mache mal vom Anfang bis zum Ende auch im Scope. Ja, also anderthalb, so fast, noch nicht mal, knapp mehr als die Hälfte, bin ich überhaupt nicht gewohnt, Freunde. Also, es ist eine komplett andere Sense, weil ich habe ja sonst das hier langsamer, normal, und das andere ist halt viel schneller bei mir. Also, ich muss mich da unbedingt, also ungewöhnt jetzt nicht, aber für das Video muss es auf jeden Fall reichen, Freunde. Deswegen, ich muss auf jeden Fall richtig, richtig, richtig kurbeln, aber werde ich schon schaffen, Freunde. Abfahrt. Das soll ja auch eine Challenge sein, dass wir halt mit Settings von anderen Leuten spielen, mit den Pro-Playern. Und, Freunde, schaut gerne heute 17 Uhr bei meinem Stream vorbei. Würde mich riesig freuen, natürlich nur, falls ihr Bock habt, bin ich live. Also, falls ihr gerne Streamerino sehen wollt, gerne vorbeischauen, würde mich mega, mega freuen. Ihr Insight? Ja, ne? Gerade durchgezogen, gerade durchgezogen, in genau der Sekunde, wo ich gekommen bin. Unlucky, Jungs, un-un-unlucky. Red Stairs? Ne, ne? Also, von links nach rechts flicken ist sehr, sehr schwer. Wenn eine Sense ganz anders ist, als wie eine, die man schon sehr, sehr lange gewöhnt ist, ist das sehr, sehr schwer. Boah, ich komme damit gar nicht klar. Holy shit, Freunde, aber wir haben ja noch ein paar Runden vor uns. Ne, Freunde, ich trau, ich versuche mal was, mal sehen, ob es funktioniert. Hab ich schon. So. Ne, keiner da, schade. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Oh, die killen sich erstmal gegenseitig. Nice. Aber es ist ja sowieso un-ranked, hier geht es ja um nichts theoretisch. Finde ich sehr gut, dass sie halt un-ranked für, sage ich mal, solche, äh, Aufnahmen hinzugefügt haben. Feiere ich. Es fehlt nur noch im Replay-Modus für nice, dass something else. So. Hier sehe ich keinen. Ne, hier sehe ich echt keinen. Hier kommt auch, glaube ich, gar keiner. Glaube, die sind jetzt da, wo ich rausgerannt bin. Boah. Also, Graphics oder Dings, ähm, Auflösung. Zum Beispiel 3-2-2-16-9 oder so, das, das, das juckt mich nicht mal. Was halt wirklich scheiße ist, ist die Sense. Das ist wirklich alles. Wenn du dafür kein Gefühl hast. Digga. Oh mein Gott, ich hab so, ich hab, ich hab, Bruder, wie ich gerade im Scope hier geackert habe. Ich krieg das gar nicht mit 35, Digga. Komm mir gar nicht klar, wirklich. Komm mir absolut gar nicht klar. Boah, wie kann Checo so zocken? Also, was der für Dinger drückt damit, ist heftig. Aber ich kann mich daran gar nicht gewöhnen, wirklich. Oder es dauert 300 Jahre. I got an Ash. Digga, what the fuck, Alter. Ich hab auch echt zu Recht, äh, Lowlife. Aber krass, dass ich das überhaupt überlebt habe. Ich hab eigentlich gedacht... I think one is bitch. Yeah, one bitch, one bitch. One is bitch. Weh, ich werd jetzt dadurch das Hole getötet. Dreh ich durch. Bin ich sad. Hm. Ich versuch mal irgendwie... Bitch, so ein Auge zu halten. Ja, so. So, da muss ich mich ja auch nicht viel bewegen. Also, müsste ich jetzt nach rechts flicken. Okay. Ich wusste nicht, dass er der Letzte ist. Hätte ich jetzt theoretisch von hier nach da flicken müssen. Also, zu dem Eingang rechts von mir hätte ich nicht geschafft. Wirklich hätte ich nicht geschafft. Okay, Freunde. Ich versuche mal hier oben zu halten. Wir haben halt keinen mehr mit, äh, Reinforcements. Weil halt unten keiner gereenforced hat, hab ich da wenigstens zwei Wände gereenforced. Aber, jetzt fehlen halt oben da für die Wände. Deswegen. Boah. Schaffen wir schon, Freunde. Haben wir. Schaffen wir schon. Schon inside. What the fuck? Oh mein Gott, Digga. Die rushen. Die rushen einfach. Nehmen wir uns gerade richtig auseinander. I got Ash. Oh mein Gott. Scheiße. Ah, es ist echt zu slow. Also, mir persönlich wäre es zu slow, Freunde. Okay, Freunde. Let's go. Ich zocke jetzt mit Ash. Eigentlich zocke ich jetzt sogar die Klassen, die Shaco auch immer zockt. Ash plus Jäger. Aber er zockt natürlich auch andere Klassen. Aber die Klassen zockt er auch gerne. Wo sind sie in der Server? Ja. Okay. Hm. Ah. So. Okay, ich versuch mal Bridge reinzugehen. Mal sehen. Ich zock halt momentan echt viel lieber mit Holo Reflex, als wie mit Akok. Oder was heißt, einfach, das bringt einfach auch mehr auf manchen Maps. Du hast einfach mehr Übersicht. Wird halt auch nicht so viel geblockt durch das Scope. Wenn ihr wisst, was ich meine, Jungs. Oh, ist das slow. Oh, ist das slow. Oh, Mann ey. Scheiße, Alter. Das ist das. Noll. Wie lucky. Wie lucky. Komm, hast du, hast du, hast du, hast du. Jetzt kill ihn, kill ihn, kill ihn, kill ihn Kill ihn, kill ihn, kill ihn, kill ihn Junge, wie lost ist der fucking Dog, man Holy shit Aber nice, let's go, Freunde Also an dieses 12-12 habe ich mich mittlerweile, auch wenn es jetzt noch nicht lange war Aber schon recht schnell gewöhnt, weil es ja nicht viel Unterschied ist zu meinem Aber das andere ist halt über die Hälfte langsamer Aber passt schon, Freunde Schaffen wir, schaffen wir Oh mein Gott, ich hätte sie gerade töten können Da war ich einfach zu slow Scheiße, Mann Mein Fehler Oh, der ist offen Hallo Irgendwie kann ich das noch gar nicht so richtig kontrollieren, diesen Recall damit Muss halt alles viel, viel kräftiger machen Also viel doller Wenn ihr wisst, was ich meine, Freunde Ähm, mit dem Ackok halt Wenn ich im Scope drin bin Oh, das geht ja relativ schnell hier Als ob die hier draußen gecheckt werden kann Lol Alright Gehen wir mal rein Hoffentlich liegt hier keine Frostchip Oh, nur noch einer Versuchen wir den jetzt auch nochmal zu holen Vielleicht schaffen wir das ja Plant, guys, you can plant Okay, ist close, rechts Okay, ich muss dauernd aus dem Scope rausgehen Ich muss dauernd aus dem Scope rausgehen dafür, weil ich das einfach nicht kann, diese 30 Ah, das sind bis jetzt die schwersten Settings, die ich wirklich hatte Ich glaube, da wird jetzt gleich nochmal einer rausrennen Eigentlich wollte ich Ack, äh, Holo nehmen Aber ist egal, dann haben wir jetzt einfach Ackok noch Ja, Freunde, es tut mir echt leid, dass die Runde halt nicht so heftig ist gerade Ähm, ich habe auf jeden Fall mein Bestes Gebe natürlich mein Bestes Und ich will natürlich auch nicht immer die ganze Zeit hier sagen Ja, das ist das Kacke, das Kacke, das Kacke Ist halt eine Umgewöhnung Aber Darum geht's ja einfach Oh nein, einer ist schon tot von uns Wie, das geht jetzt in die Overtime, Digga Dann drehe ich echt durch, Mann Gar keinen Bock auf Overtime, Mann Gut, das hat er Nice Digga, warum liegt da einer? What the fuck, Alter Nie gesehen, wirklich Habe ich noch nie gesehen, Freunde Kriegen wir gleich nochmal einen Dock? Bitte, Dock Ja, Dock ist da Warte, kann ich hier rein? Glaub ich schon, oder? Ich versuch's mal Sneaky Sophie, ja Ja, geht Alles, wir haben den Dock und wir sind Inside Wir waren anscheinend Inside Genau, Digga Richtig komisch gemacht, wirklich Go inside, go inside and plant Muss halt halten, ne? Oh mein Gott, ist hier close bei mir He's close, I'm playing Kann den Defuser halt nicht schützen, deswegen Oh mein Gott Lucky, 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 lucky Ich hab eigentlich gedacht, ich kann sie flashen, aber ich hab das ADS nicht unter mir gesehen Das steht da sogar rechts close, Digga Ich bin so lost Egal, wir haben's bekommen Holy shit, das war knapp Okay, Freunde Ich würde sagen Wir haben das Ganze gewonnen hier Auf Kanal Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen Wie ich einmal mit Shaiko Settings gespielt habe Ich würde sagen, Freunde Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder zu einem neuen Video Schau, geht beim Stream vorbei Macht's gut, bis morgen Und Peace Und Peace